In diesem Video werden wir uns mal anschauen, wie viele Dividende ich im letzten Jahr mit meinem 18.000 Euro Depot erhalten habe. Dazu zählt natürlich mein Trade Republic Depot und mein Scalable Capital Depot. Im folgenden werden wir uns über die App Parkett genauestens anschauen, welche Dividenden ich von welchen Aktien über das letzte Jahr bekommen habe und uns wie gesagt anschauen, welche Dividenden man erwarten kann, wenn man ein Depot für ca. 18.000 Euro hat und langfristig investieren möchte. Und ihr werdet gleich im Video sehen, dass alles sehr, sehr schön anschaulich und sehr detailliert über die App Parkett dargestellt wird. Wer selber auch mehrere Depots hat oder allgemein sein Depot tracken möchte, kann sich dort gerne über den Link in meiner Videobeschreibung natürlich auch anmelden. Es gibt da auch eine kostenlose Version. Da also einfach mal auf den Link in meiner Videobeschreibung klicken und dir diese App mal anschauen. Ich finde wirklich Parkett überragend. Ich bilde mein Portfolio wie gesagt selber damit ab und damit kann man wirklich einen Deep Dive ins Portfolio machen und sich alles im Detail anschauen. Und falls du selber noch kein Depot hast, kannst du dich natürlich auch liebend gerne über die Links in meiner Videobeschreibung entweder bei Trade Republic, Scalable Capital oder Finanzen.net.io anmelden. Das wären so die Broker, die ich verwenden würde bzw. die ich verwende. Aktuell kannst du dir sogar noch bei all diesen drei Brokern eine Gratisaktie sichern. Falls du dort bestimmte Bedingungen erfüllst, schau da auch sehr, sehr gerne mal in meine Videobeschreibung rein und schau dir mal diese Broker an, falls du dich dafür interessierst und auch eine Gratisaktie haben möchtest. Jetzt schauen wir allerdings direkt mal in Parkett rein und schauen uns an, welche Dividenden ich über die letzten zwölf Monate so bekommen habe. So, in Parkett angekommen, sehen wir erstmal mein Portfolio hier. Die Aufteilung wird hier erstmal angezeigt. Das wäre allerdings nochmal Stoff für ein separates Video. Hier sehen wir schon mal der Wert aktuell 17.912 Euro. Jetzt ist hier auch ein Jahr eingestellt, also dass wir uns das letzte Jahr anschauen. Und jetzt schauen wir mal im Detail, welche Dividenden ich hier bekommen habe. Wie man hier schon im Dividenden-Dashport sehr, sehr gut sehen kann. Hier nochmal der Depotwert abgebildet. Sehen wir, dass ich im letzten Jahr hier 369,53 Euro Dividende bekommen habe. Hier nochmal Jahreseinkommen der letzten zwölf Monate an Dividenden ist hier 369 Euro, was dann gemittelt im Monat circa 30 Euro und 79 Cent werden. Klar, das sind sehr, sehr kleine Beträge. Aber wie gesagt, mein Depot ist ja auch gerade mal bei 18.000 Euro, was noch lange, lange nicht viel ist. Aber dieses Einkommen wird sich dann über die Jahre hoffentlich vervielfachen, indem ich natürlich auch die Dividenden wieder reinvestiere. Das heißt, ich kann ja auch von den Dividendeneinnahmen wieder neue Aktien kaufen. Aktuell ist hier meine persönliche Dividendenrendite. Das heißt, die Dividendenrendite über mein gesamtes Portfolio, die ich bekomme, ist momentan 2,32%. Damit bin ich auch relativ zufrieden. Hier sehen wir dann außerdem auch nochmal weitere Details zu der persönlichen Dividendenrendite. Sehen wir hier einmal die Brutto-Dividendenrendite und die Netto-Dividendenrendite. Das ist natürlich klar, denn man muss, wenn man den Freistellungsauftrag oder die Freistellungsgrenze in Deutschland überschreitet, natürlich auch Steuern auf seine Dividenden zahlen. Das sind 25% plus Kirchensteuer und Soli. Hier insgesamt sehen wir, dass ich auf meine Dividenden 44,65 Euro Steuern gezahlt habe im letzten Jahr. Und hier sehen wir auch nochmal ganz schön, was vielleicht auch etwas motivierend ist, meine Dividendensteigerung allgemein in meinem Portfolio übers letzte Jahr. Hier steht natürlich 33.000%, weil ich in 2019 nur 12 Cent Dividende bekommen habe, was natürlich zu vernachlässigen ist. Und dann in 2,20, 40 Euro an Dividende. Dann sehen wir allerdings hier, dass ich mich auch hier sehr schön gesteigert habe in meinem Portfolio mit 387% Steigerung. Sind wir dann ins Jahr 2021 reingestartet mit 197 Euro an Dividenden. Dann sehen wir hier auch noch eine gute Steigerung von 74% ins Jahr 2022, wo ich dann hier insgesamt über 300 Euro Dividende bekommen habe. Also hier sehen wir schon mal, dass wir in Parkett wirklich super viele Kennzahlen haben, die auch sehr, sehr interessant sind, sich selbst mal anzuschauen. Allgemein so eine persönliche Dividendenrendite zu sehen oder allgemein mal zu sehen, wie viele Dividenden man im letzten Jahr so bekommen hat. Und hier kann man außerdem in dieser Übersicht auch noch jeden Monat im Detail sehen. Wir werden uns das jetzt mal langsam hier Schritt für Schritt anschauen. Also starten wir mal mit dem Dezember. Warum? Mit dem Dezember ganz einfach, weil wir hier sehen können, aktuell habe ich im Dezember nur von Intel und von der Visa ein Dividende bekommen. Und zwar einmal von 1,79 Euro und einmal von 74 Cent, was dann insgesamt 2,53 Euro wäre. Das spiegelt allerdings nicht die Realität wider, denn ich habe auch noch mehrere Dividendenaktien, die im Dezember ausschütten, aber jetzt noch nicht ausgeschüttet haben. Da wir dieses Video allerdings jetzt schon hochladen möchten, zeige ich dir jetzt, was ich letztes Jahr an Dividenden bekommen habe. Das wäre dann dieses Jahr dasselbe, nur etwas höher vielleicht. Also starten wir hier mit dem Dezember. Im Dezember habe ich letztes Jahr insgesamt in 2021 32,44 Euro bekommen. Starten wir hier mit der Intel Aktie, mit der habe ich 1,58 Euro Dividende letztes Jahr bekommen. Das wird dieses Jahr etwas höher sein. Und hier sehen wir die Visa mit 29 Cent im letzten Jahr. Und da sehen wir auch schon, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, bei der Intel und der Visa habe ich dieses Jahr aktuell 74 Cent bekommen und bei der Intel 1,79 Euro. Das heißt, wir haben hier schon mal eine Dividendensteigerung drin auf jeden Fall. Bei der Realty Income, das wäre die nächste Aktie, wird die Dividende auch etwas höher ausfallen dieses Jahr. Bei der Coca-Cola mit Sicherheit auch, wo ich letztes Jahr 7,27 Euro bekommen habe. Da sehen wir auch hier, dass ich vom Vanguard FTSE All World eine Dividende von 8,81 Euro bekommen habe. Das ist ja mein weltweit gestreuter IDF, die wird dieses Jahr garantiert höher sein, denn da habe ich ja einen Sparplan eingerichtet. Das heißt, dort spare ich jeden Monat mehr Aktien an. Bei der McDonalds letztes Jahr mit 1,93 Euro Dividende, 3M mit 2,22 Euro, Microsoft hier mit 2,33 Euro und Johnson & Johnson mit 1,59 Euro. Und zuletzt die Unilever, die natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, eine sehr gute Dividendenaktie mit 6,39 Euro. Das heißt, der Dezember ist schon mal ein sehr, sehr ausgiebiger Monat an Dividenden. Hier werden einige Unternehmen zahlen. Und wie wir hier auch in meinem Depot sehen können, habe ich in jedem Monat Dividenden Ausschüttung. Zwar mal höher, mal niedriger. Einmal sehen wir hier zum Beispiel im Juni die maximale Ausschüttung von 60 Euro und hier natürlich die minimale im Januar mit 1,73 Euro. Aber wir sehen, hier kommt jeden Monat, auch wenn es ein kleiner Cashflow ist, Cashflow durch. Also nachdem ich gerade schon gespoilert habe, sehen wir hier, dass der Januar leider ein nicht so ausgiebiger Monat ist an der Dividende. Hier sehen wir, dass im Januar einmal Pepsi und Realty Income ausschütten. Realty Income muss man allerdings auch sagen, ist ein Unternehmen, was jeden Monat Dividende ausschüttet. Und hier im Januar sehen wir insgesamt 1,73 Euro Dividende von Realty Income und Pepsi im letzten Jahr. Dann sehen wir hier im Februar eine schon mal bessere Dividendenausschüttung, was vor allem an British American Tablet Co. liegt. Hier sehen wir insgesamt im Februar letztes Jahr oder 2022, aktuell noch dieses Jahr, habe ich insgesamt 38 Euro an Dividenden, fast 39 Euro an Dividenden ausgeschüttet bekommen. Was hier einmal in 2,10 Euro von Apple wie resultiert. Dann natürlich Realty Income, Procter und Gamble mit 2,59 Euro und hier British American Tablet Co. mit 32,50 Euro und Apple mit 81 Cent. Außerdem für die Leute, die sich vielleicht wundern, warum ich auch oft gesagt habe, dass die Dividende dieses Jahr höher ausfällt, obwohl ich gar keine neuen Aktien gekauft habe, dann liegt das daran, dass fast alle Unternehmen in meinem Portfolio ihre Dividende Jahr über Jahr steigern. Das heißt, hier werden permanent die Dividenden erhöht und gesteigert. Das heißt, man bekommt hier automatisch jedes Jahr mehr Dividende, obwohl man gar nicht mehr Aktien gekauft hat. Das nennt man dann das sogenannte Dividendenwachstum und davon kann man auch sehr, sehr gut profitieren, wenn man das gut macht. Hier sehen wir dann außerdem im März auch eine relativ gute Dividendenauszahlung von 33 Euro insgesamt in meinem Portfolio. Hier sehen wir, dass sich die Dividendenauszahlung insgesamt aus sehr, sehr vielen weiteren Einzeltiteln zusammensetzt. Hier einmal starten wir mit der Intel mit 1,66 Euro, dann mit der Visa, mit Dualty Income, Pepsi auch hier wieder kleine Beträge. Ein etwas größerer Betrag hier dieses Mal von Vanguard, der FTSE All World hat hier 9,53 Euro ausgeschüttet. Wie gesagt, das wird dieses Jahr auf jeden Fall höher sein, weil hier habe ich sogar mehr Aktien gekauft. Dann McDonalds, 3M, Microsoft hier, Johnson & Johnson und etwas größere Auszahlung hier wieder von der Unilever von 7,72 Euro. Und zuletzt noch mal Novo Nordisk, eine Aktie, die in meinem Portfolio extremst gut gelaufen ist und zudem noch eine sehr, sehr gute Dividende und eine sehr gute Dividendensteigerung über die Jahre hat. Hier mit einer Dividende aktuell von 4,06 Euro im Jahr 2022, im März 2022. Im April war die Dividendenausschüttung wieder etwas geringer, hier mit 8,69 Euro insgesamt. Hier sehen wir, habe ich wieder von Dualty Income den monatlichen Dividendenzahler Dividende bekommen und von der Coca-Cola die 7,73 Euro Dividende. Im Mai sieht die Dividendenausschüttung schon wieder besser aus, hier mit 41, fast 42 Euro. Sehen wir, dass ich mit der App wie 2,30 Euro Dividende bekommen habe, mit der Realty Income 99 Cent Dividende, dann Procter & Gamble mit 2,96 Euro. Und hier wieder die große Auszahlung von British American Tobacco. British American Tobacco ist wirklich die größte Dividendenposition bei mir im Portfolio. Mit einer sehr hohen Dividendenrendite, also sehr hohen Dividendenausschüttungsrendite und auch allgemein eine sehr große Position bei mir im Portfolio. Danach sehen wir noch eine kleine Dividende von Apple und der AT&T, die dieses Jahr aber auch höher ausfallen wird von AT&T und von Apple bei Apple Aktie wegen der Dividendensteigerung bei der AT&T, weil ich dort Aktien dazu gekauft habe. Als nächstes schauen wir uns mal den Juni an, der beste Monat in meinem Portfolio. In diesem Monat habe ich 60,64 Euro gesamte Dividende bekommen und das ist dann natürlich schon sehr motivierend, wenn man sieht, dass dein Kapital für dich arbeitet, an Dividenden ein Cashflow reinkommt, welchen man dann wieder reinvestieren kann. Hier sehen wir, starten wir mit der Intel Aktie mit 1,73 Euro, dann eine kleine Dividende von der Visa, noch eine kleine von Realty Income, von Pepsi und eine etwas größere Dividende, dieses Mal hier vom Vanguard FTSE All World von 30,70 Euro. BlackRock hat auch ausgeschüttet, eine Dividende von 3,94 Euro. BlackRock ist auch eine Aktie, die eine sehr gute Dividendensteigerungsrate hat und von der ich wirklich langfristig als Dividendenaktie sehr überzeugt bin. McDonalds hier nochmal mit einer kleinen Dividende von 1,12 Euro, 3M mit 3,50 Euro, Microsoft mit 2,96 Euro, Johnson & Johnson mit 2,68 Euro und die Unilever hier mit 7,52 Euro und zuletzt nochmal Fresenius hier mit 3,90 Euro. Das heißt, hier sehen wir schon mal im Juni aus einigen Aktien oder aus ziemlich vielen Aktien fügt sich dann ein sehr, sehr guter Betrag schon mal zusammen aus diesem Portfolio, wo man dann eine Dividende bekommt. Danach muss natürlich weitergehen mit einem Monat, der nicht ganz so ergiebig war und zwar im Juli 2022 habe ich hier 10,43 Euro insgesamt Dividende bekommen und zwar hier einmal von der Realty Income 2,17 Euro und von der Coca-Cola 8,17 Euro. Im August ging es dann mit einem besseren Monat weiter und zwar mit 44,24 Euro habe ich hier von der App wie einmal eine Dividende von 2,33 Euro bekommen, von Realty Income eine kleine Dividende, Procter & Gamble und hier sehen wir schon mal, dass Procter & Gamble hier auch schon seine Dividende wieder gesteigert hat. Und dann natürlich der große Klumpen wieder von der British American Tobacco Aktie, 32 Euro. Dann Apple, AT&T und Novo Nordisk nochmal weitere kleine Dividenden, resultiert dann in 44 Euro. Monatliche Dividende bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr zufrieden mit. Auch der September war von der Dividende her ein sehr guter Monat wieder und zwar sehen wir hier 49 Euro, fast 50 Euro hier an Dividenden. Hier hat die Intel wieder ausgeschüttet, die Intel für all die, die meine Depot-Updates nachverfolgen, werden wissen, dass die Intel leider nicht so gut performt ist in meinem Portfolio. Trotzdem haben wir auch hier eine regelmäßige Dividendenauszahlung. Dividendenauszahlung, dann hier die Visa einmal, Realty Income, Pepsi, wieder mit kleinen Dividendenauszahlungen. Hier wieder eine größere Dividendenauszahlung von Vanguard, FTSE, Allred, 22,28 Euro, dann wieder eine BlackRock-Ausschüttung. Hier sehen wir schon wieder eine höhere Dividende von 4,18 Euro als vorhin. Vorhin haben wir gesehen, hat BlackRock 3,94 Euro ausgeschüttet. Das heißt, hier sehen wir schon mal eine schöne Dividendenerhöhung. Als nächstes McDonalds mit einer kleinen Dividende, 3M mit 3 Euro Dividende, fast 4 Euro Microsoft mit 3 Euro. Also Johnson & Johnson, nochmal die Unilever mit 7,61 Euro, was dann fast 50 Euro sind. Und damit kann man schon mal sehr zufrieden sein. Dieses Geld kann man dann wieder reinvestieren und das reinvestierte Geld schüttet wieder Dividenden aus. Das wird man dann den sogenannten Zinseszinseffekt nennen, wodurch man extrem exponentielles Wachstum in seinem Portfolio sehen kann. Und hier sehen wir dann natürlich, muss langsam auch wieder ein etwas schlechterer Monat kommen. Und zwar der Oktober hier mit 8,86 Euro. Dort habe ich von Realty Income und Coca-Cola eine Dividende bekommen von Coca-Cola, auch fast 9 Euro. Von Realty Income wieder der obligatorische Euro. Als nächstes der November, der wieder besser gelaufen ist, hier mit 43 Euro im Plus. Und zwar haben wir hier auch wieder eine British American Telegram Auszahlung von 31,77 Euro bekommen. Und noch weitere kleine Auszahlungen von App wie von Realty Income, von Procter & Gamble, Apple und von der AT&T. Und hier im Dezember, wie gesagt, sehen wir hier aktuell nur Intel und Visa, weil die anderen noch nicht ausgeschüttet haben. Im letzten Jahr sehen wir allerdings hier noch viel, viel weitere Ausschüttungen, die dieses Jahr auch noch kommen werden. Und das auf jeden Fall auch in höherem Maßstab, weil wie gesagt, im Vanguard habe ich aufgestockt und die anderen Aktien habe ich auch teilweise nachgekauft. Und die haben auch ihre Dividende erhöht. Das heißt, wie wir hier sehen konnten, hat mein Depot eigentlich relativ gut Dividende ausgeschüttet. Manche Monate mal mehr, manche Monate mal weniger. Das ist natürlich logisch. Die meisten Dividendenaktien bei mir im Portfolio schütten einmal im Quartal Dividende aus. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und das kann man circa von einem Depot erwarten, was so um die 18.000 Euro ist. Ich habe auch eine Dividendenrendite von 2,32%. Wie gesagt, das ist auch vollkommen im Rahmen. Wir sehen hier außerdem unter weiteren Reitern noch hier in Parkett. Wie gesagt, hier kann man sein Portfolio wirklich im Detail auseinandernehmen und sich anschauen. Wenn du dich dafür interessierst, klick gerne mal auf den Link in meiner Videobeschreibung und melde dich da an. Das ist auch, wie gesagt, am Anfang. Man hat da mehrere verschiedene Möglichkeiten, einen Plan auszuwählen. Der günstigste Plan ist sogar kostenlos. Das heißt, hier kannst du dein Depot tracken kostenlos. Kannst du das alles mal anschauen. Und wenn du wirklich weiter ins Detail gehen möchtest, wie ich das gerne mache, dann kannst du da auch noch weitere Versionen freischalten. Hier sehen wir außerdem die akkumulierte Dividende. Das heißt, wie ich insgesamt in meinem gesamten Portfolio über die letzten Jahre, wie viel Dividende ich damit angehäuft habe. Das heißt, hier sehen wir, es fängt an im Dezember 2019 mit 12 Cent Dividende und wird dann immer mehr. Das ist quasi die gesamte Dividende, die mein Portfolio ausschüttet. Hier im März 2021 sind wir schon bei 60 Euro insgesamt. Dann im November, Dezember 2021 bei 237 Euro und steigen dann immer weiter an. Hier im Juni 2022 schon mit 422 Euro. Und jetzt insgesamt mit fast 600 Euro, mit 582 Euro Dividende insgesamt, was mein Portfolio ausgeschüttet hat. Und ein weiteres interessantes Feature, wie ich finde, ist hier dieser Vergleich von Jahr zu Jahr. Das heißt, hier sehen wir einmal in Dunkelblau 2019, in Lila 2020, dann in Pink oder ja, Pink 2021 und in Orange 2022. Die Dividenden, die ich insgesamt bekommen habe. Das heißt, hier sehen wir, wie viel mehr Dividende ich im Vergleich zum Vorjahr bekommen habe. Und das motiviert natürlich auch sehr, sehr, wenn man das sieht, wie die Dividenden hier wirklich Jahr über Jahr besser geworden sind. So, ich hoffe, dieses Breakdown-Video hat dir gefallen, wo ich dir jede Dividendenauszahlung in meinem Portfolio in 2022 gezeigt habe. Jetzt außer die im Dezember, die noch kommen. Aber sonst habe ich dir wirklich alles in meinem Portfolio gezeigt an Dividenden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lass sehr, sehr gerne ein Like da. Und abonniere meinen Kanal auf jeden Fall auch gerne, wenn du immer mitbekommen möchtest, welche Aktien ich so kaufe oder verkaufe. Denn ich lade hier auf meinem Kanal jede Woche ein Depot-Update hoch, wo ich dir mein persönliches Depot im Dezai präsentiere.